Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kamp-Lindfort. Nur ein kurzes Video zum Thema 3D-Technik bei uns etc. Wir hatten bis heute oder bis gestern, ich habe gestern etwas bekommen, ein kleines Problem gehabt und zwar unser neuer Scanner, der Leo, kann im Prinzip ganz große Objekte, zum Beispiel ein Auto, komplett scannen. Das Problem war aber, unser Rechner, der ist abgeschmiert und Oda hat wirklich 2,5 Stunden gebraucht, bis er die Datei von dem Leo, von dem Artic-Scanner geöffnet hat. Und von dem Problem hat ein Dortmunder Freund mitbekommen, wo er einmal hier war und hat uns sowas geschenkt. So was. Ja, ich war gestern bei ihm ein Video, hat er auch aufgenommen. Ja, das ist ein Rechner, was eigentlich die Industrie hat. Ja, das ist nicht irgendein Rechner. Vielleicht können wir die Daten hier einblenden, weil ich habe gar keine Ahnung von Rechnern. Aber das ist das Höchste, was es geht. Ja, also ich glaube nicht, dass irgendwas hier höher geht, von der Leistung her. Ja, vielen lieben Dank an meinem Dortmunder Freund. Wirklich, das ist, ja, ich war gestern so ein bisschen geschockt, wurde mir das übergeben hat. Und ich bin das gar nicht gewohnt, solche Geschenke zu bekommen oder anzunehmen. Ja, bis jetzt habe ich mir das immer selber gearbeitet, aber er hat es einfach getan. Ja, und vielen lieben Dank an dich. Du weißt, was ich meine. Und ja, wir wollen uns bei dir bedanken von ganzem Herzen. Mein ganzes Team, ja, auf alle die 3D-Zeichner und die Grafiker. Die werden sich streiten, wer an dem Rechner sitzen darf jetzt, ja. Weil das sind zwei verschiedene Personen. Also der eine zeichnet in 3D und der andere macht die Photoshop-Geschichten und die Videos. Ja, ich bin gespannt, wer hier sitzen darf. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Und wir werden deine Projekte, die wir offen haben, ja, das sind zwei Stück, ja, so schnell wie möglich machen, versprochen. Und zu deiner besten Zufriedenheit. Jetzt können wir schneller arbeiten, ja. Viel schneller. Vielen lieben Dank. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich sag mal, das kurze Video, ich würde sagen, lass mir ein Like da oder ein Abo oder uns ein Like oder ein Abo da. Aber ja, so ein einfaches Video. Ich wollte einmal nur mal Danke sagen. Und ja, ich habe mich ein bisschen gestern von einem Schock erholt. Gestern war ich ein bisschen geschockt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich, glaube ich, nicht so wirklich bedankt. Ja, wirklich, wirklich loswerden. Das ist wirklich mir total am Herzen nichts. Wirklich. Ja, ich bin stolz, so einen tollen Freund zu haben wie dich. Nicht, weil du mir was geschickt hast oder geschenkt hast, was für mich sehr wertvoll ist, sondern einfach wirklich, wir haben uns schon, ich glaube, vier, fünf Jahre gut gekannt, bevor wir irgendwas zusammen gemacht haben. Und ich bin echt stolz, so einen Freund zu haben und dass ich dich wirklich Tag und Nacht anrufen kann, anschreiben kann. Und du bist quasi echt für mich da. Und jetzt kannst du nur einen kleinen K-Porn machen, weil das sieht schon cool aus, das Ding. K-Porn? K-Porn. PC-Porn. PC-Porn. Und wir sagen, ich sage vom Herzen vielen Dank und mein Team auch. Danke. PC-Porn.